Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Nerdfallmedizin. Hi, heute wieder am selben Ort mit den selben Gesichtern, aber mit einem neuen Thema. Ich bin ganz begeistert und zwar, Philipp, finde ich, ist ein spannendes Thema, das du dir ausgesucht hast, nämlich das Management nach Reanimation, Post-Rost-Management, denn häufig ist es ja so, wir reanimieren jemanden, das ist alles höchst dramatisch in allen Varianten, endlich ist der Druck wieder da, der Patient hat einen eigenen Kreislauf, wir sind alle ganz euphorisch und jetzt noch schnell in die Klinik oder schnell auf die Intensiv oder schnell irgendwo hin, aber da kann man ja doch irgendwie viel übersehen und ehrlicherweise auch viel falsch machen. Philipp, go for it. Ja genau, also den ersten Punkt hast du ja schon angesprochen, irgendwie Kreislauf ist wieder da und dann machen wir alle High Five, gehen am besten vor den RTW, rauchen erstmal eine und räumen erstmal auf, das geht auf gar keinen Fall, sondern nach der Show ist vor der Show, dann der Patient nach einer Reanimation ist ein rohes Ei und der braucht unsere volle Aufmerksamkeit. Und in der Phase müssen wir eigentlich ganz viel richtig machen, damit auch später aus dem Patienten wirklich wieder ein gesunder Mensch wird. Oder werden kann, muss man ehrlich sagen. Werden kann, genau, richtig. Und zu allererst einmal, wir müssen uns auf die Ursachensuche machen. Was hat denn eigentlich die Reanimation ausgelöst? Das ist auch präklinisch bereits schon wichtig. Das heißt, unbedingt ein 12-Kanal-EKG bei jedem Patienten nach einem atraumatischen Kreislaufstillstand ohne eine 100% sichere Ursache machen. Also ich würde sagen, bei jedem atraumatischen Kreislaufstillstand, der braucht ein Post-Rosk-EKG 12-Kanal und da reicht nicht irgendein Paddle-Ausdruck. Ja, genau. Also EKG. Okay. Genau. Dann, jetzt haben wir das EKG gemacht, wo fahren wir denn eigentlich hin? Ja, genau. Und das ist die nächste wichtige Frage. Es gibt ja mittlerweile so Cardiac Arrest Center und man konnte noch nicht so richtig nachweisen, dass die jetzt für den Patienten einen totalen Benefit bringen, aber was die sicherlich haben, ist eine hohe Expertise im Umgang mit solchen Patienten und von daher sollten die schon eigentlich primär auch angefahren werden. Vor allen Dingen dann, wenn der Transport dadurch nicht unnötig verlängert wird. Klar, wenn wir jetzt irgendwo auf dem Land sind und das nächste Cardiac Arrest Center ist drei Stunden weg, dann ist das vielleicht nicht so optimal, aber auf jeden Fall sollte ein Patient nach Rosk immer in ein Krankenhaus gebracht werden, wo seine primäre Ursache für den Herz-Kreislauf-Stillstand behandelt werden kann. Das heißt, wo eine Koro ist, wo die Möglichkeit für eine gute Bildgebung ist, also ein CT in aller Regel und wo eine Intensivstation ist mit einer hohen Expertise. Und das muss man einfach schon sagen, also nicht jedes Kreiskrankenhaus mit 50 Betten kann einen Patienten nach Kreislauf-Stillstand adäquat behandeln und deswegen ein Patient in so einer Phase ist ein rohes Ei, der ist intensivmedizinisch sehr komplex, das heißt, der sollte auch auf eine entsprechende Station kommen. Okay, gut, jetzt haben wir das EKG geschrieben, jetzt wissen wir ungefähr, wo wir hinfahren. Jetzt ist der aber nur mit einem Lagensdosen beatmet, Philipp. Sollen wir den intubieren? Genau, das ist natürlich die Kretschenfrage und da diskutieren ja immer ganz viele Leute ganz, ganz viel drüber. Aber man muss eigentlich sagen, also erstens, wir überschätzen den Aspirationsschutz von den superklottschen Atemwegshilfen im Rahmen der Reanimation vor allen Dingen und sollten schon einen Bestwegen eigentlich einen definitiven Atemweg, also eine Intubation anstreben. Deswegen bin ich dafür, immer bei ROSC intubieren, aber immer nur dann, wenn es den Patienten nicht unnötig von seiner definitiven Therapie auch abhält. Das heißt, wenn wir jetzt selber vielleicht ganz wenig Intubationskompetenz haben, manchmal ist das so, dann sollten wir da jetzt nicht irgendein Wagnis eingehen, sondern den Patienten lieber wohin fahren, wo das dann auch adäquat passieren kann. Oder wenn wir sehen, vom Team her, von der Situation würde jetzt einfach die Intubation so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass dadurch der Transport enorm verzögert wird, auch dann würde ich die Intubation nochmal rauszögern, aber prinzipiell ROSC bedeutet Intubation. Also spätestens dann kriegt er einen Tupus. Genau, spätestens dann und wann während der Reanimation ist ein ganz anderes Thema nochmal. Da kann man eine ganze Videoreihe dazu machen. Okay, also, jetzt haben wir den intubiert. Jetzt müssen wir mal hinfahren, jetzt haben wir das EKG gemacht. Was müssen wir jetzt noch irgendwie, was machen wir jetzt mit Beatmung und so weiter? Was sind jetzt so unsere Ziele am Transport? Was stellst du da ein, was ist dir wichtig? Ja, also erst nochmal was ganz Blödes. Man sollte den Patienten einfach nochmal adäquat von A bis Z untersuchen. Einfach nochmal gucken, hat der Tupus sich vielleicht irgendwie bewegt, ist der disloziert. nochmal ganz kurz einfach den Patienten fokussiert untersuchen und vielleicht auch für die Nachbehandelnden Daten sichern von Angehörigen, wo man nochmal nachfragen kann, was denn da vorgelegen hat und so weiter. Und jetzt, wie du schon sagtest, Beatmung. Wie stellt man die Beatmung ein? Da wundert man sich so ein bisschen. Also erstens weiß man, dass die eher etwas hyperkappnischer sein sollten, also etwas hypoventiliert, besser als hyperventiliert, auf jeden Fall. Also entweder normoventiliert, aber ein bisschen hypoventiliert, also mit einem höheren ETCO2, als man vielleicht normal anstreben würde, so 45 bis teilweise bis 55, liest man, sollte man anstreben, keinesfalls hyperventilieren. Ich sage es nochmal. Und mit der Oxygenierung, da gibt es ja ganz viele ischämische Erkrankungen, wo man sagt, auf gar keinen Fall zu viel Sauerstoff. Das scheint bei der Reanimation gar nicht so kritisch zu sein. Klar ist, die sollten jetzt nicht luxusoxygeniert sein, also in der BGA ein PAO2 von 500 ist sicherlich nicht so gut, sondern das sollte jetzt einfach alles im Rahmen sein, aber ihr müsst da jetzt nicht ganz so sehr ein Auge drauf haben, sondern einfach, der sollte ausreichend oxygeniert sein und gut oxygeniert sein, aber auf keinen Fall hyperventiliert sein, eher ein bisschen hypo. So. Okay. Das ist ja schon mal relativ viel. Und was ist jetzt mit dem Blutdruck? Oh, da wundert man sich auch. Denn mit dem Blutdruck, da gibt es eine ganz gute Studie dazu, die gezeigt hat, dass man die Patienten eher mit einem höheren Blutdruck, als wir das gewohnt sind, dann fahren sollte. Und das ist insbesondere bei Hypertonikern wichtig, ganz klar, weil die sind ja immer mit einem hohen Blutdruck eben durchs Leben gelaufen und bei denen sollte man dann auch einen eher höheren mittleren arteriellen Druck anstreben. Teilweise liest man bis 90, über 90. Also ich denke, 65 sollte bei Post-Rosk-Patienten auf jeden Fall die Schallmauer sein, drunter auf gar keinen Fall. 65 mittlerer arterieller Druck. Mittlerer arterieller Druck. Genau. Danke für die Nachfrage. Aber eher etwas höher, also eher 75 macht wahrscheinlich Sinn. 70, 75 beim Hypertoniker gegebenenfalls noch höher. Dazu nehmen wir Cardicholamine, wenn wir es brauchen. Genau. Nur Adrenalin. Da verlinken wir, ich vergesse es wie beim Jedenmal in irgendeiner Ecke, unser Perfusoren- und Push-Dose-Presser-Video. Ja, genau. Okay. So, also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Unbedingt jeder Patient, der einen Nicht-Trauma-Arrest hat, kriegt ein EKG, und zwar ein 12-Kanal-EKG. Wenn wir die Patienten transportieren, dann transportieren wir die eher in Kliniken, die, also transportieren wir die in Kliniken, die eine Koro haben, die ein CT haben und eine Intensivstation, die sich auskennt. Wenn es geht, dann eher in eins von diesen Cardichol-Arrest-Zentern oder Krankenhäusern, die halt Erfahrung damit haben. Intubation spätestens nach Rosk, außer es spricht irgendwas ganz dramatisch dagegen. Zur Intubation passt ganz gut die Beatmung. Da Normokapnie oder ein bisschen hyperkapnisch. Oxygenierung jetzt nicht luxusmäßig, sinnlos auf 100 Prozent, aber wir müssen da jetzt nicht ganz das Feind titrieren, zumindest nicht am Anfang. Und unbedingt nach der ganzen Geschichte nochmal den Patienten einmal sinnvoll strukturiert von oben bis unten untersuchen. Passen die ganzen Interventionen, Zugänge und so weiter. Es ist ja alles eine Stresssituation, nicht, dass dann die Noradrenalin-Infusion die ganze Zeit paraläuft oder so, oder die Narkose, wenn er vielleicht doch munter werden sollte. Aber auch vielleicht findet man noch irgendeine Ursache für die Reanimation. Das ist so das Paket, das wir quasi in der Präklinik oder in der Notaufnahme einmal so durchmachen sollten. Okay, Philipp, jetzt sind wir in diesem Cardichol-Arrest-Center oder im Krankenhaus auf Intensivstation oder haben das erste Paket quasi abgearbeitet. Wie geht es dann weiter? Wann machen wir Bildgebung? Wann machen wir eine Herzkatheter-Untersuchung? Wie ist es mit Temperatur? Und so weiter und so fort. Sagen wir mal, was sind die ersten Stunden in der Klinik? Genau, also die erste Frage, die wir uns immer stellen beim a-traumatischen Kreislaufstillstand, muss der Patient jetzt auf der Stelle in die Kuro. Okay. Und da weiß man, dass die Patienten, die keinen nachgewiesenen Stemi haben, nicht ganz so dringend in die Kuro müssen. Die Studien, die es dazu gibt, oder es gibt eine ganz aktuelle Studie, die hat ein bisschen seltsam die Patienten selektiert. Aber man muss schon sagen, Patienten mit einem Endstemi, der jetzt nicht faustdick überall senkt, bei dem haben wir etwas mehr Zeit bis zur Kuro. Der wird sicherlich irgendwann eine Kuro bekommen, gerade dann, wenn er primär geflimmert hat. Hundertprozentig kriegt er eine Kuro, aber nicht als allererste Maßnahme. Das kann man schon sagen, das braucht der Patient nicht. Die Leute mit einem ST-Hebungsinfarkt oder einem High-Risk-EKG, die wird man aber trotzdem akut angografieren. Genau. Und ich finde es gut, dass du sagst, High-Risk-EKG, genau so würde ich das machen. Genau. Alle anderen, bei denen stellt sich auch oft die Frage, was war jetzt die Ursache für den Kreislaufstillstand? War das vielleicht auch mal eine Lungenembolie oder sowas? Und gerade bei unklaren Situationen, da weiß man, gibt es eine ganz gute Studie, man hat Ganzkörper-CTs, und zwar wirklich Ganzkörper, von Patienten post-Rost gemacht. Da hat man gesehen, dass eine ganze Menge möglicher Ursachen übersehen werden, oder auch einfach Reanimationsverletzungen. Und was ja auch mal wichtig sein kann, der kam vor kurzem wieder vor, im Rahmen der Reanimationssituation ist der Patient gestürzt, ist auf den Kopf gefallen und hat dann eine intrakranielle Blutung. Das heißt, was will ich sagen, post-Rost ruhig großzügig mal eine etwas ausgedehntere Bildgebung, die ist da sicherlich angebracht. Da sollte man nicht mit Sparzwang argumentieren. Was würdest du im Schockraum noch machen, quasi an Bildgebung? Also bevor du quasi in Koro oder, sagen wir mal, CT fährst? Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Ja, also da Ultraschall ist das A und O. Also nicht jeder Patient muss unbedingt ein CT, aber aus meiner Sicht muss jeder Patient kurz ein schnelles Ultraschall bekommen. Denn da guckt ihr mal kurz aufs Herz. Ihr guckt, kurz hat der Patient ein Pneu, weil man hat ihm ja ein schweres Thorax-Trauma zugefügt vorher mit Thorax-Kompression. Hat der freie Flüssigkeit im Abdomen? Oder vielleicht ist die Leber irgendwie kaputt gegangen durch die Reanimation? Also macht eine schnelle, fokussierte Ultraschalluntersuchung. Da gibt es das Rush-Exam, was man machen kann. Ist auch in den Shownotes verlinkt. Das bietet sich auf jeden Fall an und sollte man durchaus machen. Okay. Jetzt dann weiter auf der Intensivstation. War ja sehr lang dieser fast schon Hype irgendwie mit, man muss die alle runterkühlen. Dann hieß es, bringt auch nicht so viel. Was soll man jetzt machen? Ja, genau. Also man hat ja sogar mal darüber nachgedacht, ob man präklinisch anfangen muss mit kühlen. Das muss man nicht. Also zumindest hat es für den Patienten keinen Vorteil, außer dass er ein bisschen schneller kühl ist. Ja, also was das allererste oberste Gebot ist, Hyperthermie unbedingt vermeiden. Das muss unbedingt sein. Und dann scheiden sich so ein bisschen die Geister, wo man sich dann zwischen 36 und 32 Grad dann trifft. Viele sagen dann, naja, desto länger reanimiert, desto kühler. Das macht sicherlich Sinn. Also generell jeder Patient, der nach einer Reanimation sofort wieder wach wird, der muss auch nicht gekühlt werden. Da müssen wir nämlich nicht den Hirnschaden irgendwie groß vermeiden. Den können wir ja direkt neurologisch untersuchen. Fieber sollte der jetzt auch nicht haben, aber gekühlt werden muss ja nicht. Und ansonsten, wie man es mit dem Kühlen macht, ob extern, ob intern mit Kühlkathetern, dazu sind die Studienlagen relativ unklar. Und ich würde persönlich immer sagen, naja, 33 Grad. Und man sollte generell ein Temperaturmanagement über 72 Stunden haben, also auch in 72 Stunden Hyperthermie unbedingt vermeiden. Das kann man, glaube ich, so generell sagen. Und wir verlinken euch auch nochmal da die aktuellen Paper dazu. Philipp, das klingt schon mal irgendwie, das war jetzt ein wilder Ritt durch die Post-Rosk-Behandlung. Ich fasse nochmal den zweiten Teil zusammen, wo es um die Kliniktherapie geht oder Intensivtherapie geht. Wann Choro? Ja klar, beim SD-Hebungsinfarkt oder beim Hochrisiko-EKG. Das würde man ganz forciert machen wollen. Bei den Nicht-SD-Hebungsinfarkten, beziehungsweise bei den Endstemis ohne massive Senkungen oder eben Hochrisiko-EKG, ist es wahrscheinlich so, dass die Patienten das auch später haben können, dass man die eher intensivmedizinisch mal stabilisiert. Bildgebung, jeder kriegt ein fokussiertes Notfall-Sono, auf jeden Fall. Und tendenziell, gerade wenn man nicht weiß, was dahinter steckt, eine ziemlich ausgedehnte Bildgebung via CT, also Thorax, Schädel, Abdomen, je nach Modalität, mit welchen Kontrastmitteln man dann möchte. Temperatur ist vor allem Hyperthermie vermeiden, Management über 72 Stunden, eher Tendenz, je länger Reanimation, desto länger Kühlung. Aber unterschiedliche Philosophien und keine klaren Daten. Um das ganze Motto zusammenzufassen, wir können uns zwar schon ganz kurz high-fiven, aber wie du sagst, Patienten nach Reanimation sind Hochrisiko-Patienten, sind rohe Eier, auf die müssen wir gut aufpassen, in der Präklinik, in der Notaufnahme, im Schockraum und auch dann später auf Intensivstationen, da nicht zu viel durchschnaufen und die ersten 72 Stunden sind da wirklich große Faktoren, auch in der Prognose von den Patienten. Da müssen wir alle hart dran denken. So ist es. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal, oder? Unbedingt teilen und liken. Hey. Ciao. 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 Ciao.